Gute Woche, Stadt wünsche ich einen guten Mittagmorgen. Vielleicht haben Sie ja gerade einen Auftritt heute Morgen, gerade jetzt, bald in den nächsten paar Minuten. Wenn Sie aber selber noch einen Karl-Dall-Blick darauf haben und noch müde sind, dann gibt es einen alten Moderatoren-Trick, machen viele Radiomoderatoren, das ist da den Mundwinkel. So ein wenig hinterziehen, künstlich, und es gibt so ein scheuchtes Lächeln, das sich auch auf die Stimme umschlägt und das ist immer gut, wenn man mit einem Lächeln auftritt, sofern es natürlich zum Inhalt passt. Das ist klar, es muss ein positiver Inhalt sein, aber mit dem kann das ein bisschen günstig sein, dass Sie einen besseren Auftritt haben. Viel Erfolg und eine gute Woche!